Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von warframe. Ich muss mich natürlich für die vorige folge für das ende echt entschuldigen das ist so extrem schlecht gewesen ja und dann dann auch noch festpacken in der wand ist auch sehr sehr bitter aber ich als entschädigung gibt es die mission ist noch mal und im nachhinein wahrscheinlich eine void mission wobei weiß ich noch nicht vielleicht auch irgendwas anders weil ich brauche ich das problem ist dass ich die dass ich voidsquests eigentlich erst brauche wenn ich jetzt brauche ich erst wenn ich wenn ich genug oxium habe um mir die die schoniger zu kaufen weil weil ihr die armen kristalle zerfallen und die wachsen ja nicht auf bäumen es gibt anscheinend leute die können also die die farmen arg und kristalle wie heu ja dazu gehöre ich leider nicht deswegen konnte kann ich nur gezielt arg und kristalle farmen und es ist sehr traurig wenn ich nicht genug arg und kristalle zusammenkriege um dann letztendlich die waffe zu bauen das ist sehr sehr traurig ich weiß ganz ehrlich nicht wie lange nächste mission dauern wird und abgesehen davon wie gesagt ich weiß noch gar nicht ob wir überhaupt eine world mission machen weil die habe ich mir wie gesagt immer auf wobei ich bin heute drauf gekommen wie ich nach hause gefahren bin wie ich drauf gekommen dass ich echt drauf schauen sollte was ich alles aufnehme weil ich bin drauf gekommen ich habe so viele neben projekte laufen die ich natürlich nicht die ich natürlich nicht wo ich mich nicht dazu verpflichtet die regelmäßig zu bringen ja aber ich habe so viele neben projekte zu laufen dass ich die auch alle beenden muss also ich muss ja viel also das ist für mich irgend so für mich wenn ich es online stelle dann ist das etwas das ich beenden muss außer es ist natürlich außer außer es ist halt irgendein endlos game oder sonst irgendwas dann ist das was anderes aber ich war beworfen damit man auch sagen okay nach 100 folgen hast du eigentlich ein bisschen was vorgestellt kannst du aufhören aber ganz ehrlich ich würde gern beworfen einfach mal mit quests weiter machen also alle quests die man so machen kann würde ich schon gern mitnehmen irgendwie und ja sollte mehr uranus spielen fällt mir gerade auf damit ich da mal mit der quest weiter kommen mit der vorquest zu second dream glaube ich ist das ich glaube das war es also so lange her dass mir das gesagt wurde ich weiß es echt nicht mehr sorry ach das ist gar kein gegner ach das ist traurig aber ist tun munition kriegt man so selten dass echt scheiße das blende so verdammt so macht er auch nach der folge muss ich auch noch was ist es ich habe so einen hunger ich muss irgendwas essen noch weiß nicht was ich mir machen werde aber irgendwas muss ich noch essen weil war ich diese boden von mir haben die ach ja mein name ist um die es bedauere ich immer noch dass ich meinen kubel wieder einschläfern musste also einschläfern im sinne von er kommt dann er kommt wieder und nicht ich sehen wie wieder so ist es ja nicht ich kann ja jederzeit der stasis erwecken aber nur aber nur wenn ich genug ähm wie heißt das dna impfungen impfungen habe sonst wird das nichts so dass man offen das ja okay jetzt muss ich aufhören mit dem ja ich glaube ich glaube das krieg ich hin hier oben ist es okay da geht weg kann man da seitlich nicht kann man nicht rein okay da muss ich hier irgendwo irgendwo lang irgendwo muss ich schon lang da ja das war einfach nur fehl von euch und hab ich ja ne achten mission im weltraum wäre auch mal wieder geil aber ich glaube das haben wir auch nicht also wenn er schon strahlung hat dann soll er wenigstens mir helfen und nicht trotzdem gehen ja gut wenn kein gegner da ist schieße trotzdem auf mich das ist halt traurig alter wie ich die karte weg ah ist schön ah toll die müssen es auch immer übertreiben geh weg aber die machen eh schön den damage muss ich sagen da kann man eh nicht meckern die machen eh schön eh ordentlich der match ich wusste gar nie dass man dass man sachen markieren kann ein laderaum sag ich mal nicht nein ich glaube ich schaffe nicht nur noch eine mission habe ich nicht ich habe schon so einen hunger weil ich nie war aber heute schon irgendwie egal da hat sich nicht länger auf aber so die schwappt und rache pernesequenz hat sich ein bisschen erhöht wird immer weniger klar ich glaube die mord sind relativ die gleichen was wir letztens auch eingesammelt haben also dem ein nicht ganz tragisch so es war jetzt achteinhalb minuten das heißt da kann ich noch was draufsetzen so ich guck mal kurz ich guck mal kurz wir wollen ja ich weiß gar nicht hier wollen wir wollen ich guck mal bei nahkampfwaffen wo ist die galatine die würde ich dann mal austesten ok die könnte ich schon die könnte ich mal mitnehmen das wäre kein problem ich hätte irgendwas ich weiß nicht die galatine es ist zwar sicher ein geiler war für aber ist halt ich weiß nicht ich brauche ich hätte gern was stylisches egal ob es schlecht nein ich gucke einfach mal gucken sony chor ich weiß gar nicht mal was man da wie viel oxy man da braucht es 600 gut 600 oxy und plastide gut oxy und mit schwierig muss ich zugeben gut also weit fällt jetzt mal aus ich muss mal gucken ich muss schauen hier kriegt saturn gibt es plastide auch uranus hat plastide phobos gibt es eine interessante map also ich guck mal schnell wo es auch wegen die runden gibt vielleicht finde ich eine spannende weil es ist so schade es ist so schade man hat so wieder die helene man hat man hat so viele hat man hat so vieles man hat so also ich weiß nicht man hat so einen schönen achwing aber hat nicht so viele missionen die man machen kann und doppelt möchte ich jetzt natürlich auch keine machen die kann man auch nur machen gut machen wir die noch nach dieser potage machen jetzt noch haben wir da wir sind nicht gemacht haben können wir sie machen was waren irgendwas bekommt man noch ich habe mal ich habe ich habe schon wieder vergessen jemals bekommt man wenn man den ganzen planeten freigelegt hat ich weiß auch nicht ist aber glaube ich nichts wichtiges gewesen also wo dem her aber trotzdem ich mache das jetzt einfach nur weil ich mir das war es nicht guter durchzulaufen aber nicht so geil und ich dachte mir jetzt können uns wir können das jetzt sparen irgendein lager zu suchen aber ich gucke mich gleich mal hier um vielleicht bin ich was aber die waffe ist so die ist echt so schlecht da oben ist nichts oder da oben ist nichts aber die origin lager wüsste ich vielleicht wo man das finden könnte aber die lager das ist jetzt nicht zu meins ach komm schon geht da kann ich ja alle ist unsere rüstung schüler marsch wo ist das teil kommen ja jetzt so trage die vier hoher meine afer wieder ich würde mich auch noch hat er mir gerade ein schwert genommen wie asozial schlimm ist bei den grenierlagern die könnten auch irgendwo oben sein wo man bisschen hoch springen muss weil das hier diese raumschiffe sind also scheiß verwinkelt ok ich wusste definitiv war er lebt noch wir sind deswegen ist das ja 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 dass der schiff immer so schnell das ist so traurig so alles absuchen ich werde eh nicht finden alle davon gehe ich sowieso nicht aus ich glaube ich schon mindestens eines finden müssen aber macht auch nichts bisschen suchen schadet nicht sei doch einfach still ist die man so schreien müssen wir sind noch einer ah ja genau wir wollen ja plastide finden findet man hier auch so hier ist mal nichts ja genau nur so was meine ich guckst du einfach nicht da guckst du einfach ich weiß nicht es ist für mich so man sieht es echt schlecht ach kack Bodenfalle also ich bau mir mal ein Stück jetzt Schütz auf ne kommt nur her kommt nur her da oben ist eh keiner ich muss nur aufpassen dass von oben keiner kommt weil der der schießt dann mein deathwing tot hier irgendwo ah ja und weg sehr schön so mein raum gecleared ich gehe mal nach oben vielleicht ist da ein ein lager aber ich glaube ich habe einmal ein grineer lager gefunden und das weil ich mit glück danach gesucht habe und das war es dann aber auch schon bei den oracle lager hatte ich schon mal habe ich schon mal welche gefunden da weiß ich auch schon ein paar also ich sollte eigentlich jetzt schon alle wissen da wir ja letztens das so schön durchgerusht sind und alle gefunden haben aber das ist eher wunschdenken dass ich alle weiß alter ja komm bis dich so ich guck mal hier rein okay hier ist außerdem nicht viel alter nicht am ernst entspann dich hallo 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 was bist du bist du Napantyp ich kann es echt nicht lesen aber aber hält so verdammt viel aus vorsicht und wechseln wo ist das hundi komm verpiss dich die waffen machen so wenig damage aber ich finde sie so geil ich finde die einfach dass das die waffen machen so einen schönen flow irgendwie weiß ich nicht kann ich mir ich glaube hier ist der ausgang warte warte ach doch schade ah da hinten ist eines da hinten ist eines da ist eines ja ja hier ist eines ja ein original gefunden danke alter eines gefunden 18 minuten ok das geht vielleicht dauert die folge ein bisschen länger ich versuche wirklich jetzt mal alle zu finden wahrscheinlich wird hier eh keines mehr sein aber ganz ehrlich ich laufe das ganze hier wirklich nur ein einziges mal durch ja also ich gucke mich da jetzt wirklich nicht extra komplett um ja ich weiß noch nicht von wo kam ich kam von da kam ich ne ah hier ist nichts ok hier war ich auch schon drin glaube ich ok dann hier entlang dem ziel entgegen ok so der ist da aua ach so hier ja ich war hier ja schon überall was ich war hier ja schon überall 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 ich war hier ja schon überall